Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, der ist tot Wollen die mich jetzt ver... Ey, wollen die mich verarschen, Alter? Es kommen Bullen, wenn ich Typen töte, die illegale Sachen machen und bringen mich mit um, oder was? Digga, was für ein Drecksgame, Alter. Und seit wann rufen Zivilisten denn irgendwelche Leute an und zeigen nur mich an, Alter. Diese inzuchtgetriebenen Hurenkinder, Mann. Boah, ich hasse Spiele, die sowas machen, ey, ohne Witz. Hundertmal alles zu wiederholen. Wegen einer so einer Drecksnebenmission, Mann. Ohne Witz, ey, Zivilisten für'n Arsch, diese Hurenkinder alle. Ja, ja, fick dich. Jetzt rufen sie wegen mir wieder, die Bullen wird sie nicht verarschen. Jetzt muss ich nur noch vor den Leuten fliehen. Alter, was ist mit dir, Junge? Stoß gleich deine Mutter. Ich bin von der Straße. Du, 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 du. Medicare, was Kann ich da durchfahren? Aber dass die so übertrieben bei der Verfolgung sind, ne? Das ist auch so heftig. Die wissen immer genau, wo du bist und kommen dir einfach perfekt hinterher. Das ist auch schon richtig nervig bei so einem Spiel. Weil die hätten mich eben gar nicht mehr verfolgen können. Den Weg, den ich gefahren bin, hätten sie mich gar nicht mehr sehen können. Sind da, wir machen das. Ja, natürlich, Alter. Ja, ja, genau. Und sie sind immer genau da, wo ich bin. Ja, 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 genau. Sie wissen immer, wo ich bin. Ist schon klar. Ist schon klar. Das ist so, so was hasse ich an Games. Übertrieben. Wenn diese KI immer genau weiß, wo du bist. So lächerlich. So, und jetzt dürften sie schon gar nicht mehr hinterherkommen, weil ich viel, viel schneller gestartet bin. Und dann kommen sie auf einmal wieder von vorne. Die spawnen einfach immer direkt vor einem. Das, das hasse ich so an diesen Games. Wenn sie immer direkt vor einem spawnen. Alter, das regt so auf, ne? Ja, ja, ist ja gut. Lassst du mich verarschen, Alter. Ich kann doch einfach in den Kasten rein. Jetzt haben sie mich zum Beispiel aus den Augen verloren. Normalerweise dürften sie jetzt gar nicht mehr wissen, wo ich bin. Jetzt zum Beispiel. Jetzt bin ich eigentlich weg. Und das ist das, was ich meinte. Sie wissen auf einmal wieder, wo ich bin. Und das, guck mal, jetzt spawnen instant wieder zwei Leute vor mir. So, und das sind so die Sachen, die ich meinte. Es ist unrealistisch. Es ist unrealistisch. Die Verfolger, die wir hatten, wären eigentlich lange weg gewesen. Und dann kamen wieder zwei Leute, die vor mir spawnen. So, und das sind die Sachen, die ich meine, die regen mich an solchen Spielen übertrieben auf. Wenn Fahrzeuge von Gegnern vor einem spawnen und dann auf einmal genau wissen, wo du bist. Gib mir auf den Keks. Hey, wie zum Teufel konnte der uns abschütteln? Und sowas nervt. Einfach, wenn man stundenlang immer die gleiche Scheiße machen muss, wegen so einer Dreckskacke. Auf jeden, Alter. Was ist das denn? Blackout? USV Aber man kann das hacken, ne? So, hab ich sonst noch irgendwas frei? Nur einen Punkt noch. So. So, haben wir das erstmal erledigt. Die ganze Scheiße hier.